Sollst du Pepsi trinken? Alter, das hat kein Lippchen. Du bist ein Kniffer, ey. Ich war schön den Pinguin umgefahren. Hast du Pe... Pepsi? Wupsi. Wupsi? A la weh, du rülpst. So, in ihrem Besitz. Was haben wir denn? Da kann man eigentlich so ein scheiß Deutsch holen, oder? Na, den Kleinen, ne? Ach so, ja. Ja, ja. Ich vergrüßt einfach die 20 Tonnen Limpas-Brot, Junge. Die liegen da eh bloß am Lager rum und Colum frisst die Hälfte davon weg. Das ist doch scheiße. Ja, meine Damen und Herren. Hab ich das mal geguckt, TV-Total. Totale TV-Total, egal. Ihr wollt mal sagen, das ist ja ziemlich in die Hose, ja? Genau, das darf ich in die Hose. Fang jetzt bloß nicht damit an, okay? Ne, ich lass es lieber, okay? Ja, es ist besser. Ja? Oder weil das ist. Okay, wir haben uns schon unsere Geheimnisse, Stefan. Ja? Ich sag bloß mal Strumpfhose. Ich sag nur mal Omas Küche. Hahahaha. 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 Ja, das ist auch für dich vielleicht witzig, aber... Ist egal. Wilhelm kennt die Geschichte mit dem Ohr, oder? Ja. 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 Hier, hier drei Wissenze, das reicht. Ah, wie gesagt, muss er keine erfahren. Nee, besser ist. Ja, das ist vielleicht was auch für uns alle. Und vor allem für die Geschichte mit Stefan, weil irgendwann sitzt man in einem Wollstuhl und das wollen wir auch nicht gerade, oder? Warte, was war das so witzig? Viele witzige Sachen gehabt, aber der Rest wurde nicht so schlimm. Ich sag... Ich sag Zaunsfall. Hahahaha. Niklas mit Mettel. Mit was? Mit Mettel. Was? Rechtsrum rupst du da durch da. Oh Gott. Ist schon so ein kleiner Hodenkobalt. Hahahaha. Da ist er so. Das war's noch geil. Äh. Äh. Zauern mal lustig mit Chris beim Kugeln. Das war geil. Das war... Hey, da pass ich's ja da. War da scheißen, oder was? Zu lange wieder da. Also. Ui. Da hat euch noch heimlich zugehend. Und alles mitgeschrieben. Ich könnte nicht. Nee, das ist die Uhr. Hahahaha. Nobody can... Oh man. Wie fährst du denn mit meinem guten Fan, ey. Genau, ey. Echt mal. Kannst du nicht bringen. Ich hab den dir für die Ernte geliehen. Ja. Wie ging du nach? Der Lehmann. Dochst du... Dochst du... Passport essen, was im Handschuh verrast. Bis zum Müll. Wie da hast du drin, ey, Klaus? Ja, 50 Promille. Ja. Das war ja... Kann ich schon raunen. Wir sollten noch... Passt noch rein. Passt noch rein. Bei uns. Das war ja nie. Bei uns. Da hast du... Du hast ja... Also. So hieß das Video, Lämpersport. Ne, 20 Stunden Lämpersport! Das war richtig knapp, ich hätte fast hier den Holzener Forstschild abgemäht. Holzener Forstschild. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Da rutscht dir doch der Schlüpper in die Käme. Genau Christoph, mach lieber auf. Bist du noch dran? Bist du noch dran? Oder wurde der Hausaufgang gemacht? Ja, das war alles so schlimm. Da hab ich's noch geschafft. Na ja. Da hab ich's aber noch geschafft. Ich musste bloß ganz dringend. Die Hose sah aus. Bist du besser, Alter? Mach mal gar nichts. Erzähl der mir Lügen. Lügen, alles Lügen. Das ist krass. Wir müssen mal so ein Netzshow machen. Wo du die in die Hose scheißt. Ne, du. Du. Da erzähl mal die Geschichte in der Küche. Ey, es ist okay, dass wir mitsteuern eingestellt haben und befüllen. Ja. Du frisst hast du davor noch zwanzig deinen Passport und dann können wir das doch machen. Was denn befüllen? Ja. Kannst du irgendwas reinmachen? Kannst du irgendwas reinmachen? Was warst du gestern Abend in der Haustür? Ich so, hä, wie jetzt? Du warst gestern Abend in der Haustür? Du hast ständig versucht, die Tür aufzumachen und du kamst da raus. Ich so, Alter, ich war gestern Abend nicht unten. Hä? Natürlich warst du unten. Ne, ich war nicht unten. Es war ein Midner, es war vielleicht um Elfer oder so. Christoph wollte wieder abholen. Ja, ja. Ne, mal, was war denn Mama? Ach, wo meine Mutter durch die Scheibe geflogen ist. Oh, ne. Ich habe weiter gepennt. Ich habe das Korne gerafft. Nicht ohne. Einfach weiter geschlafen. Vor allem, meine Schwester ist durchs ganze Haus gerannt. Oben war das Licht, aber ich habe gehört, wie mein Vater fünfmal die Treppe runtergerannt ist. Richtung Gemüt, ich war heute gepennt. Ich habe nicht gehört. Was ist noch? Was ist noch? Der Vogel. Wisst noch, wo wir den Elfer geguckt haben? Wie ist der Dream Wars? Oder ist wieder hier mit dem Riesen-Raketenwürmern? Ja, ja. Und abends, wo ich dann, wo du noch ein Stopp-Bett hast. Ja. Wo ich dann bei dir unten im Bett pennen wollte, ich konnte aber nicht schlafen und bin zu mir ins Bett gerannt und hatte im Style-Trenner. Aber ich muss noch sagen. Ja. Der geilsten Film, den wir zwei jemals zusammen gesehen haben, war der mit dem Hai. Ja, wo der Hai sich mutiert hat, aber ich weiß nicht. Ich weiß, wie der ist. Aber... Ja, der ist... Äh... Äh... der Film war echt edel. Aber ich habe mal geguckt, äh... den Film, der... den Super-Armation zum Beispiel bestellen wird, das kostet der... 50 Euro. der Film ist auch scheiße. Ja, das sieht man voll, dass der Christophil durchgefahren ist, du. Ja. 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 Ja, das ist scheiße hier drin. Ja. Ja. Ja, ne, jetzt schaut er meinen guten Fan ein, das ist auch nicht zu glauben. Schön mit Kacke einsauen. Mit der Radladung steht ja... Mit dem Radladar steht ja... Mit dem Radladar steht ja... Mit dem Radladar steht ja... Im Mist scheu überladen. Ja, nee, Mist scheu überladen. Du hast doch noch keine... Über dieờ voll scheiße. Achso. Der von der Bk. Achso wie der schöne Silo rein. Mist ist es schon legen, auch. Ja... Haha. Nein, das geht dann hier... Oh, wo die Frühe Junge. Oh ja, da... Achso. Ja, guck, du weißt, ey. Wir zeigen uns mal, ob wir das nicht für Gasten Stroh machen. Also, es sind noch 7% jetzt drin. Das ist gut. Rapsgaste, Rapsgaste. Äh, ja, Müncher. Alter, ey. Die liegt die beste Scheiße daneben. Wollen wir aufladen. So, naja. Na gut, da brauchen wir eigentlich keine Gerste schwarzen, oder? Wir haben ja so viele Wurzenfelder. Piepsen. Gut. Das ist echt scheiße, wenn der Teleskop auch nicht geht. Im Multiplayer. Mhm, na zumindest kann ich die Wurzen nehmen. Aber jetzt geht's. Was? Naja, wie gesagt, bei mir geht doch. Ich war schon ein Schluck Pieps hier trinken. Jo, ich so. Aber hier ist alles dunkel. Wo ist er? Also, hier ist er. Ah, Flasche normalerweise leer. Freut uns zu wissen. Also, was sagt er? Kurz Aufnahmepause oder lassen wir den Scheiß-Habizidgelumpen drin? Aufnahmepause. Ja, da Pasi muss scheiße. Ja, da Pasi muss scheiße. Wie lange, wie lange geht denn die Aufnahmepause? Pasi kann man mit dein, mit dein... Mal sehen, wie gesagt, ich, wie gesagt, du den Habizidgelumpen rausnehmen und dann... Oh, 10. Christoph muss scheißen. Ja. Pasi, komm mal mit deinem Scheißwagen herher. Ja. Ich bin grad am Streuen. Christoph muss mal. Ja, da... Scheiß... Scheiß mal raus. Scheiß mal raus. Ey, wir hatten den Ball in der Stapel umgeschmissen. Also... Ja, ich fühl's so, wie wir den Ball in der Stapel umgeworfen haben. Ja. Ja, vor allem mit was? Ja, wäre ich auch voll voll voll. Puh. Alter, mein Puma. Tankanzeige Rot. Alter, der Wettrasch hat nur noch 340 Liter, ey. Ich hab noch 200 Teilsit. Ja? Ich muss nur einen Biller aufladen. Nein. Und weißt du, woher das kommt, wenn wir Gerätschaften immer anlassen und so ist. Aber naja. Da kunst deine Füße. Komm, dann gehen nochmal 90.000 Vöten. Nein. Pasi, wo bist du denn mit deinem Scheißhanger? Komm doch jetzt. Ja, 10 Finger. Sind eh... sind eh nur 7% drinnen. Pasi, ich will dir eh ins Feuer und Stefan sagen. Stefan hat so einen Arschloch... Arschloch-Charakter, kann man bald sagen. Der ist so... Komm, mach herhinne! Da ist der Charakter am Arsch, da ist der Charakter am Arsch. Wenn der so blöde... Wenn der blöde kommt, mach der nichts draus. Der ist so... Der ist wirklich ein bisschen verpeilt. Aber das liegt wohl, das ist doch verreilt. Das ist irgendwie alles so verpeilt. Du, Stefan ist ein Auslandefall. Aber du... Du willst ganz ruhig. Hallo, ich will Onkel im Gegensatz zu dir. So... Ja... Wind... Was dagegen? Genau. So, also... Dann machen wir kurz deine Schleife zu Ende hier und dann machen wir kurz mal mit. Ich will noch das Vorgehende fertig machen. Ja... Ich will die 4% eben noch aufs Acker nehmen. Ich will die 4% eben noch aufs Acker nehmen. Und den Charakter muss man auch noch holen, dann leckst du ihn wieder uldreckig. Aber der Charakter kostet nicht so viel. Der will ja... ...mehr Misstrauisch. Nö... Ach Quatsch... Du wirst noch fix austanken hier Christoph? Der Charakter kostet nur 650. So Leute! Naja, dann tun wir den. Wollen wir mal sagen? Wollen wir mal mit besorgen? Ja, das sieht geil aus. Ja, das sieht geil aus. Ja, das sieht geil aus. Was sieht geil aus? Ach ja. Was? Hm, hm, hm. Der Alexion? Ja, ich wüsste, das sieht geil aus. Ja, das ist ja auch meiner. Wenn dann mein... Ja, Dings kommt der eh auch. Ach, dann wird's lustig. Du siehst doch mal. Was... Was Metrascher Marktführer mit... Okay, ist mal. Hm, 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 hm. Also gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Bis gleich. Nein! Jetzt. Nein! Wer hat schon angefangen mit Dreschen? Ich hab will reingemäht. Habe von der Kante weggemäht. Du hast falsch angefangen. Äh, wegen Bunker. Genau. Hm. Müsste schon auf? Jo. Schön. Ah! Willkommen zurück. Hm. Nach drei Minuten. Ja, willkommen zu unserem... ...nächsten Klass-Video hier. Werbe... ...WerbeTV-Sendung hier. Du hast den Mod dann rausgenommen. Ja, ja. Ich hab ihn rausgenommen. Aber es wird dann sein, dass... ...wir das alles erst runtergrubbern müssen. Und dann, wie gesagt, nicht mehr nachwachsen wird. Das wird's sein. Weil, wo der Mod eingefügt... ...wo ich den eingefügt hab, war der auch erst aktiviert, wenn man das nächste Mal gesehen hat. So denk ich mal. Oder ich hoffe zumindest, dass es dann damit behoben ist. Ah. Ich find auch geil, wie die Saiten-Messer sich hier bewegen. das nennt mal ein rapsmesser naja die seithinschneider wie viel kostet denn das scheiß Dingle hier aber du willst schon was es kostet 8500 naja das können wir zwar zu leisten aber echt gerade so also der Wurm ist noch nicht im Spiel Der wird gleich zu uns stoßen, jetzt ist er schon zu uns gestoßen. Ja, ich stoße zu euch. Mit wem machen wir das am besten? Schurzsorge, nehmen wir doch den hier. Na, mal sehen, wie die Benzinpreise hier sind, du. Werden die, du schon synchronisieren? Nö. Boah, Alter. Hier ist gerade wohl die Tankstelle überhaupt. Ja, ich muss nur noch füllen. Tanklänger. Wo ist denn der, wo ist die Tankstelle? Brauchst du noch füllen. Warum? Der ist schon voll. Ja? Ja. Okay. Weil, warte mal, was zeigt es an, zeigt da 0 von 0 oder gar nicht. Null-Bruzeln-Schützer. Ja, da musst du doch auch füllen. In der, in der, in der Garage steht ein Tankfass. Ah ja, stimmt da hinten, so ne, ne. Wer wollte jetzt mal raus ins Feld kommen, ich tue grad perfekt dreschen. Na ja. Komm gleich, Krebs ab. Wenn die Tanklänger was synchronisieren. Ah, er synchronisiert setzt, ne. Oh Mann, ich hab mich nicht aufgepasst, weil ich kurz zur Tür bin, das Ding, ne. Hat aber halt wieder lange gedauert. Hm. Oh, aber es synchronisieren geht jetzt mal schneller, da braucht man nie wieder ne halbe Stunde warten. Na ja, dann geht das. Das liegt nur ne Aufnahme, ey. Aber echt mal, ey. Kann's hinne bringen. Geht gar nicht, geht gar nicht. Ah, hier ist das schöne Fass drin, sehr schön. Wenigstens erinnert er hier auf Bastel. Guck mal, wie perfekt dich drascht, ne. Ja, warum geh hin. Boah, perfekt. Und geht wieder. Perfekt. Ey, das ist 13. Das ist 13. Da kommen ja halt Schworen rein, wegen dem Trend. Das sieht man dann genau aus. Alter, Verwalter. Was los? Na, übelste fett, krass. Benzinpreis hier. Steht da irgendwie dran, der Benzin, der Literpreis? Äh, wieder alt verschwommen wir. Christoph? Ja? Ich komme zu dir. Oh, scheinreich du. Ne, komm ist besser. Ne. Das haben wir jetzt abgehakt. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Aber wenn Stefan immer davon anfängt, dann kann ich auch nix dafür. Ja, will ich sag ich mal, deinen Puma hier tanken, der hat nur 63 Liter. Klass, immer lass. Lass'n ja loven. Ist aber ne kurz. Ist aber ne kurz. Aber gut. Ja, ne, es war jetzt kurz davor, kurz davor tun wir den dann schon ab. So, also was, Weizen kommt das nächste, da fängst du gleich drüben an. Willi, jetzt. Steiger, natürlich noch hinteren Anhänger, aber tanken. Willi. Ah, ne, es wird eh, mhmhm. Ne, der macht doch den ersten vorne voll. Willi. Ja. Reize hab ich gemacht, bis jetzt. Die Filme zwar an sich. Oh, Schwuchtel. Masen. Shit. Was war denn los? Nein, Alter, wie bist du denn? Oh, Schwuchtel. Ja, da hab ich nicht Beete hängen, aber ich. Na, ist doch gut. Der vordere war doch sowieso voll, oder? Ja, ist doch klar. Und hinten kann man da eh noch Weizen reinmachen, dann macht er nicht, wenn du nicht allzu viel reingemacht hast. Ja, hinten hab ich nur noch einen ganz kleinen Spritzer rein. Dann mach den Rest auch noch rein, ja, ja, mach rein. Jetzt ist es auch Ritzer. Oh, so kacke. Gott, da schaff ich das mal weg, oder? Kann ich auch machen, von mir aus. Ich mach das mal ganz schnell mal hier so. Tun als ob. Da kalkt da hier ganz fröhlich. Ja, kalkt. Da hier, da pass ich. Steht da keine Spritze auf dem Hof. Nö, 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 nö. Was, der kalkt? Da kalkt. Der kalkt, der kalkt da, ey. Der kalkt ganz fröhlich. Wer lässt ihn hier, den, 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 den Rasterner. Den geht, der geht gar nicht aus. Achso. Sorgsteig. Ich hab mir vorher. Ich sitz drin, aber der geht ja gar nicht aus. Nö. Wie kommt das nur? Ja. Trage ich mich auch. Ach, oh Gott. Oh, oh Gott. Voll wieder schön gegen Zaun gefahren. Christoph, kalkst du? Ja, ich will. Mir ist der Passik kalkt. Ah, sowas lieben die Zuschauer, das Niveau auf Grenze minus Null. Kalkt. Das IQ, kalkt. Wollen wir eine Presse? Das IQ ist eine Schraube. Von mir aus ganz depressen. Naja, also ich warne. Achso, naja. Ah, das Vorgewende muss doch... Muss doch gewechselt werden. Na, das ist mir schon... Alter, wo ist denn hier der Ausgang? Ich war ja gerade den... Oh, schon wieder... IQ ist wie eine Schraube. Man kann auch immer tiefer drehen. Hm, bis es knackst macht. Ja. Ja. Nach ganz fest kommt ganz ab. Nach ganz fest kommt ganz ab. Ja. Boah, ich habe einen Ausgang gefunden, du. Zeit lang. Uh, das kommt immer lang. Wasch. Na ja, wie will ich denn schön... Ja, super. Warte, ich fahr. Hast du mal im Berg mal einen Shuttle gerammt, hä? Davor knapp, du. Richtig knapp, irgendein Scherlack vorbei. So, machen wir mal den Rundumleuchten Blinker an. Hm, ich komm schon. Oh, eine Distel. Eine doch noch. Achso, willst du abnehmen, Wurm, oder? Ja, mach ich gleich. Gut. Also, mir ist egal. Na, mach. Okidoki. Ähm... Da kommt wieder hinten in der Angehackt mit dem Kalkstreuer. 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 Kalk. Der streut Kälber. So. Ähm... Das Gelumpe kann er eigentlich nicht verrotten, oder? Schau, schau, schau! Was? Schnell um die Kurve, warum? Bin ich doch schon. So, ich hab auf xxn Radladung wieder zur PGA. Was ist da los? Warte. Allerwider wieder hier, ne, über die Scheiß-Betonkunde kommt. Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib zu stehen! Werder Puma ist so leichter, ist Spielzeug. Ha ha ha. Ha 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 ha! Ha 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 ha! was soll ich machen? Kann ich grobern? Kannst du ja mit der Presse fahren Ja klar, kann ich nicht zum Auge Ja, warte grobern kannst du auch Nee, nee Du müsst lieber ihn abpressen Wie war das mit dem Niveau? Ja, ich hab's grad gemerkt Uh, Getreidewanner Was ist da Getreidewanner? Ja, aber wir machen grad Weizen, ist doch nicht cool Das Getreidewanner hat so ein Angebot Ah, da warten wir halt so lange, bis Weizen im Angebot ist, wa? Haben wir überhaupt ein Lager Wer ich pressen soll, wer presst denn hier? Ist noch nicht mehr Schrott noch genügt Äh, Christoph macht er gleich schon an der Plage Bin am Pro-Go-End Mhm So, das sind wir am Der BGA angekommen Oh nee, genau, ich hab jetzt mit dem Scheißzink am Haarschild mit einem Zinken der Schaufel angedupst Das dreht sich dreimal im Kreis und fliegt den Hohohoh Hohohohohoh So wie ist richter böse Rischer Ganster Der Wurm so sind schilder setzt man Ey, Emanuel, du bist schon im Haus, aber ich bin nicht drin. Ja, dann ist es halt nicht drin. Ich find's geiler. Ich hab aber geguckt, eigentlich, wo hast du denn?